Willkommen zu einer neuen Deutsch-Hör-Übung. Das Thema ist Tipps gegen Müdigkeit. Heute stelle ich 10 Tipps gegen Müdigkeit vor. Ich hoffe, ihr könnt in diesem Audio viele interessante neue Wörter lernen. Und los geht's mit Tipp Nummer 1. Kaugummi kauen. Ja, habt ihr das gewusst? Man soll Kaugummi kauen, denn das regt die Durchblutung im Kopf und im Gehirn an. Und was passiert, wenn die Durchblutung angeregt wird? Dann wird man wieder munterer. Und heute möchte ich auch mit euch diskutieren. Hast du auch Tipps gegen Müdigkeit? Und wie findest du die heutigen Tipps? Bitte schreibe einen Kommentar. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Du kannst auch deine Ohrläppchen massieren. Das Fachwort dafür heißt Akupressur. Massiere einfach beide Ohrläppchen für kurze Zeit mit deinem Daumen und mit deinem Zeigefinger. Und du kannst auch am Ohr ziehen. Und wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du nach kurzer Zeit wieder mehr Energie haben wirst. Und weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Wasser trinken. Im Alltag vergessen wir das oft. Genug Wasser zu trinken. Daher ein guter Tipp. Nimm überall hin eine Wasserflasche mit, sodass du egal wo du bist, immer etwas Wasser trinken kannst. Und bei Tipp Nummer 4 bleiben wir gleich beim Thema Wasser. Und zwar, geh zu einem Waschbecken und lasse kaltes Wasser auf deine Handgelenke rinnen. Du wirst merken, dass du sehr rasch wieder wacher werden wirst. Das kalte Wasser regt wieder die Durchblutung an. Du merkst also, die Durchblutung anregen, den Blutkreislauf zu reaktivieren. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn man wacher werden möchte. Tipp Nummer 5. Mach ein bisschen Stretching. Stretching ist ein Anglizismus. Auf Deutsch sagen wir auch Dehnen. Dehne deine Gliedmaßen, deine Beine, Arme, Hände, Handgelenke. Das tut sehr, sehr gut, wenn man die Muskeln in Bewegung setzt und die Sehnen dehnt und aktiviert. Arbeitest du vielleicht in einem Büro oder musst du in deiner Arbeit sehr lange sitzen, dann ist dieser Tipp besonders empfehlenswert für dich. Tipp Nummer 6. Da geht es um das Essen. Und zwar, iss nicht zu schwer. Wähle leichte Lebensmittel, wie zum Beispiel Äpfel oder Salat. Lebensmittel mit hohem Wassergehalt. Die sind besser verdaulich. Denn schwerverdauliche Lebensmittel machen uns auch sehr müde. Das hast du sicher mal gemerkt. Wenn du zum Beispiel viele Kohlenhydrate auf einmal gegessen hast, dann braucht der Körper viel Energie, um dieses Lebensmittel zu verdauen. Und daher sind wir dann auch viel müder, wenn wir schweres Essen verdauen. Also lieber mal ein Apfel statt eine Schokolade. Tipp Nummer 7. Mach einen Powernap. Das deutsche Wort dafür ist Nickerchen. Machst du das manchmal? Hältst du während deiner Mittagspause ein Nickerchen? Oder wenn du vielleicht von deiner Arbeit nach Hause kommst? Schreib es mir in die Kommentare. Wie sind deine Gewohnheiten? Zum Thema Powernap gibt es noch ein paar andere Tipps. Und zwar soll man nicht zu lange liegen bleiben. Ein paar Minuten, vielleicht fünf oder zehn Minuten sind schon genug. Denn wenn man zu lange liegen bleibt und dann einschläft und wieder aufstehen muss, dann ist man am Ende umso müder und hat eigentlich keine neue Energie getankt. Das heißt, ein Powernap soll kurz und knackig sein. Tipp Nummer 8. Gegen Müdigkeit ist, mach ein bisschen Fitness. Mach ein bisschen Sport. Auch das regt deinen Kreislauf an. Aber Achtung, nicht zu intensiv und nicht zu viel, denn sonst bist du noch müder als vorher. Das heißt, eine leichte Anregung des Körpers ist schon ausreichend. Ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen, einmal ein bisschen im Park eine Runde laufen. Diese Art von Bewegung ist genau das Richtige, um wieder wacher zu werden. Tipp Nummer 9. Musik hören. Wir wissen ja, Musik kann unsere Stimmung und auch unser Energielevel sehr spürbar verändern. Das heißt, das kannst du auch für dich nutzen, wenn du müde bist. Höre einfach Musik mit schnellerem Rhythmus. Natürlich sollte die Musik auch gefallen. Und Tipp Nummer 10. Geh hinaus ins Freie, atme frische Luft ein und lass dich von der Sonne bescheinen. Wenn wir zum Beispiel eine ganze Nacht lang nicht geschlafen haben oder sehr, sehr müde sind oder Jetlag haben, dann können wir unsere biologische Uhr, unseren biologischen Rhythmus nach der Sonne neu ausrichten. Wir können ihn neu programmieren, indem wir möglichst rasch rausgehen und eine möglichst lange Zeit draußen uns von der Sonne bescheinen lassen. Denn dann weiß der Körper, wie spät es ist und er kann sich an der Sonne orientieren und das Beste dabei ist, du wirst viel wacher werden. Das waren meine 10 Tipps gegen Müdigkeit. Und was sagst du dazu? Welche Tipps findest du sehr nützlich? Welche Tipps kennst du schon? Und kannst du vielleicht auch in den Kommentaren andere Tipps empfehlen? Ich würde mich über eine Diskussion mit dir freuen. Das war das Deutschvideo für heute. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.